Wie baue ich denn die eigentlich? Hahaha Jetzt baue ich meine Rüstung, wie baue ich die eigentlich? Weil ich überhaupt noch mein Gold hab Hier ist keins So, ich bin mir jetzt nicht sicher ob das alles so lupt Hier ist keins Huch Hier ist keins Hier nicht Hier nicht Nö 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 Siehste, das geht selbst sehr auf den Sack, ey So jetzt hole ich mal eben Scheiben Und dann guck ich mal, da hab ich das schon... Das... 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 Oder so Wo ist mein Gold? Die Frage ist, wo hab ich das... Wo hab ich die Scheiben denn überhaupt? Die Frage ist, wo ist mein Gold? Die Frage ist, wo sind meine Scheiben? Hier ist mein Gold Da sind meine Scheiben Hä? Socken? Ja, in der Schrank da hinten Müssten eigentlich Socken sein Socken? Ja Wie brauch ich jetzt ne Rüstung? Ja, das wüsstest du gerne, wie soll ich dir das denn jetzt erklären, Alter? Indem du einfach rüber kommst? Ja, und wie soll ich dir das dann erklären, wenn ich rüber gekommen bin? Baust du mir die einfach und dann gibst du mir die Nö, musst du schon selber bauen, Junge Ja, okay, dann versuch ich jetzt in fünf Minuten mal so hier rum Ah Ja, wenn du dann nicht rauskriegst, dann helf ich dir Na, so schummern nicht Ich muss doch irgendwie Oh geil, ich will meine Haut auch sichtbar verschönern Die Asche Ich kann das nicht Soll ich Goldnuggets machen? Was? Soll ich Nuggets machen? Wie Nuggets? Goldnugget Was ist denn nochmal ein Goldnugget? Ein ganz kleines Ding Nee, eigentlich nicht Ich weiß auch gar nicht, wofür wir das brauchen sollten Wie geht das jetzt mit der Rüstung? Ja, warte, ich komm sofort rüber Okay, erst mal einen Schluck Water trinken Einmal pro Woche anwenden Bis der Nage wird Man, nee, ne? Hm? Hast du gerade einen fahren lassen? Nein So, und dann, was war das? Was war das denn dann bitte? Mein Mund ist einfach so Ah Ja, ja, ja Und hier haben wir eine feste Wasser geöffnet Wie mach ich das denn? Wie mach ich das denn? Ja, hallo du selbst Oh, Mo? Junge? Alles klar, ich schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli Warum immer weit hier? Draußen vorm Haus Draußen vorm Haus ist zwischen unseren beiden Häusern, du Depp Ja So, ich mach dir das jetzt aus Dreck vor, ja? Ja Also, wenn du jetzt auf ein Dings guckst, ne? Also auf dat Auf Wenn ich auf E drücke und da Handwerk steht Wenn du auf die Ja, wenn du auf die auf den Werkbank klickst, ne? Ja So, dann machst du dir ne Hose Indem du dat so baust Okay Ach, auf der Werkbank muss ich dat machen Ich dachte in Ja dat Ne Ja, guck dir das andere Dreck noch an Ja, warte Das ist Hose Das ist ein Helm Das ist ein Helm? Ja Ja Ja, dann ist die Hose so Hose ist, äh, drei Ja Hose hab ich So Hier geht Oberteil Das ist Oberteil So war dat? Ja gut, dann den Helm weißt du ja dann auch schon Ich hab nur noch vier Gold Ja, das ist Pech Toll, ein Gold für den Helm Ja, ich hab da auch Gold Geh mal bei mir im Lager in die Goldkiste Da ist ne Kiste, da ist vorne auch auf der Tafel schon Gold drauf Da ist auch Gold drin Wo Gold drauf ist, sollte auch Gold drin sein Ganz genau Ich brauch ja nur ein Gold Kannste auch alle nehmen Ich brauch die hier sowieso nicht, glaub ich Okay Im Moment Brauch ich die nicht Dann bin ich gleich voll der Goldene, ey Ja, ich müsste mir eigentlich ne Eisenrüstung machen, aber Hä? Warte Warte, dann Wo ist denn hier mein Eisen? Wie viel Eisen hab ich denn? 15 Und wie geht Schuhe? Einfach nur links und rechts die unteren zwei Egal Egal, ich geh nochmal Goldfarben dafür Wie Helm? Das ist doch die Hose Was laberst du denn? Ich hab den anders gemacht Och ne, jetzt hab ich Zwei Oberteile gemacht Wie kann ich dann wieder zurück bauen? Gar nicht Doch, ging irgendwie Ja, pfff, keine Ahnung Mit einem Amboss vielleicht Der Geschmack hat bei uns So, jetzt ist mein ganzes Eisen wieder weg Wo bist du denn? Außen Geil Schick Sexy, sexy Ach man, ich Idiot, ey Ja und? Dann behältst du das? Ist doch egal Irgendwann ist das Ding sowieso kaputt, was du anhast Kann ich das denn zurückbauen? Die gehen ja auch irgendwann wieder kaputt, lass das doch Als Reserve halt Du hast, ich hab auch noch vier Rüstung Was? Ich hab nur vier Hemden Ich hab fünf Ich hab vier Ich würd gern mal sehen wie ich aussehe Ja wieso? Siehst du doch Ja aber so, weiß ich nicht Kann ich mich irgendwie, kann ich irgendwie die Sicht ändern? Ja, weiß ich jetzt aber nicht Aber wenn du dein Inventar öffnest, kannst du dich doch sehen Du kannst schon, kannst schon Jo Egal, ich geh Goldfarm So, was wollte ich jetzt? Ach ja, ich wollte noch Fotze Fotze wollte ich, genau Ich brauch jetzt noch Weizen Ich glaub ich geh in die Hölle Ne Ich weiß nicht, was ich machen soll Farben wird mir langsam langweilig Ja, da bau doch was Immer nur Farben Du musst ja dann auch mal irgendwann was bauen damit Ich bau jetzt nicht Ist dein Haus schon fertig oder was? Nee, ich weiß aber noch nicht, was ich mit dem Haus mach Vielleicht baue ich mal ein neues Ja, kannst du ja, aber Willst du das dann abreißen, halt? Nö, Wochenendwohnung Das ist aber ne hässliche Wochenendwohnung, oder? Ein Wochenendhaus muss eigentlich voll Porno sein Bei dir ist alles Porno Ja sicher, bei mir ist Mein ganzes Leben ist Porno, Junge Ich bin ein einziger Porno Hm, ich glaube das ist jetzt nicht unbedingt so Nicht so wirklich Kompliment, oder? Nein Jo Kühe, was ist los? Ne Runde Pimpern? Ist ein Lubslarm Jawoll, erstmal ne Runde Vögeln So, mal lobe ich mir das Und wieder ein kleines Küchen Das, du, hattest du eigentlich in deinem Stall Dings da schon Viecher drin? Ja Oh, das finde ich nice, weißt du auch warum? Warum? Weil das Fledermaus mir um den Sack geht Weil das bedeutet, dass die ganzen anderen Drecksviecher da draußen dann Obsolet sind Ne, ich hab noch nicht alles drin Kühe? Kühe? Eine Und ein Schaf Eine? Was? Nichts? Kühe Kittst du aber jetzt nicht alle Kühe, oder? Ne, nicht alle, ne Aber wir brauchen ja hier nicht mehr viele Das war ja hier nur ein Notdings Also Kühe brauche ich jetzt gerade nicht. Du hast eine da. Also du brauchst hier theoretisch auch nur ein paar überleben. Mein Gott. Habe ich aus Versehen fast ein Schaf getötet. Weil die wilde Hilde hier so doof ist. Und Schweine müssen wir noch haben. Jo, stimmt. Die müssen wir noch mal füttern. Wir haben hier nur zwei, ne? Ey, komm her. Kuh. Ey, Kuh. Ey, wo rennt die denn hin? Boah, die geben mir nicht genug Leder ab. So. Da ist irgendwas kaputt gegangen bei dir. Ja, mein Steinschwert hat sich verabschiedet. So, jetzt haben wir noch vier Kühe. Reicht. 24 Leder habe ich dafür gekriegt jetzt. Ich habe bestimmt mehr als 24 Kühe getötet, oder? Hauptsache, der hat hier mal eine Redstone-Leitung zwischen unsere Häuser gelegt. Was ist los? Ja, was soll das denn? Keine Ahnung. Boah, boah. Das ist der Po leid, man. Boah. Boah, der hat richtig nach KitKat geschmeckt, ey. Ich habe einen Stack Wolle. Boah, Junge. Brauchst du noch Wolle? Was? Brauchst du noch Wolle? Ich habe da noch so einen Stack. Äh. Ne. Äh. Ich weiß, was ich jetzt mache mit der Wolle. Nein, nicht anzünden. Ich wollte überhaupt nichts sagen. Streich mein Haus jetzt weiß. Nee, jetzt nicht im Ernst. Du verkleidest jetzt nicht dein ganzes Scheißhaus, sondern mit Wolle. Ach, Scheiße. Warum? Hä? Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Was wird denn das für ein Panzer, ey? Wärme isoliert? Ja. Ach, Manu. Fast einmal komplett rum. So, also hier haben wir nochmal Stein drin. Hier kommt dann, blablababab, genau. Hier haben wir mal gesagt, ist Erde drin. Hier ist Kohle drin. Mein Gott, nee, ey. Bläh. 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 So. Sticks. Ich brauche noch eine Kiste für Sticks. Aber eigentlich ist die Holzseite ja da. Aber ist ja Latte. Kommt jetzt hier eine Kiste mit Sticks hin. Ich habe hier gleich echt für alles eine Kiste. Ich habe ja noch Rahmen. Was ist denn los? Hab ich nie... Warte, wie ziehe ich denn jetzt her? Sieht doch gut aus, Timo. Warte. Guck mal, mein Haus. Moment. Ich finde es schon wieder dunkel, ey. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich zugeben. Ich brauche noch mehr Rahmen. Ich geh jetzt pennen. Ja, ich komme auch. Ich komme auch. Dann mache ich jedenfalls für einmal was sinnvolles. Mein Haus isolieren, ey. Ja, das ist sehr sinnvoll in dem Spiel, ja. Ja. Wie weit sind wir eigentlich mit der Aufnahme? 1... 1... 35, schätze ich. 1,30. Also 1,29, na wat? Okay. Ziemlich gut geschätzt. Und ich habe keinen Counter und nichts am Laufen. Ähm. So, ihr Muschis. Wat braucht... ... ...